Ja, hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Ähm, ja. Wie auch schon in den anderen Transplays gesagt, ich werde auch hier nur ein, zwei Folgen aufnehmen, weil ich hoffe, dass morgen das neue Mikro kommt und ihr dann endlich Erlöszeit. Und also... Ich wollte ja eigentlich die Spawner-Mod reinmachen und mir schonmal Spawner holen. Ja, nur das Problem ist, ähm, vor zwei Tagen lief die Mod noch und wenn ich jetzt einen Spawner damit abbauen will, ja, mache ich ihn mir jedes Mal kaputt. Also ich muss mir das noch irgendwie nochmal anschauen. Hatte jetzt leider auch nicht so die Zeit dazu. Äh, jetzt habe ich es halt wieder rausgeschmissen. Äh, keine Ahnung. Lach vermutlich an den einen Snapshot, der da jetzt noch rausgekommen war. Diese 1-5-1. Ja, ich werde mal abwarten, bis das dann richtig live geht und dann versuche ich es nochmal. Gut. Und weil wir ja für den Hühnerstahl und für den Weg noch Redstone brauchen, dachte ich mir, wir gehen einfach mal in eine Höhle. Und... Ja, das machen wir dann auch gleich. So... Ach, da habe ich... Nein, ich will eigentlich nur einen haben. Dann nehme ich mir einen Tisch mit. Ein bisschen Holz noch für Fackeln. Kohle findet man ja dann sowieso. Ähm... Ich will... Ich will, ich will, ich will. Aber nur einen einmal mitnehmen und dann muss ich schauen, was mit den... Ah, Monster sind eh ein. Gut. Und... Das, das, das... Ein Enderman wäre jetzt noch schnell gut. Könnte ich mir noch eine zweite machen. Sieht ja schon so aus, als wenn es dunkel werden würde. Ähm... Die werde ich auch mitnehmen. Aber ich glaube, da nehme ich eher die Diamante. Ja, das möchte ich... Ach, scheiße. Hoffentlich mal gleich die Diamante. Okay... Spitzhacken habe ich sonst noch zwei. Und da... Schaufeln habe ich. Äxte. Sieht gut aus. Den Eimer will ich noch mit Wasser füllen. Wo ist das Böse? I see you. Gut. Dann gehen wir da mal weiter... Suchen uns eine kleine, feine Höhle. Aber zuerst laufen wir dahinter am Wasser vorbei. Ja, da entsteht dann die... XP Farm. Ich bedanke mich auch hier nochmal für die 50 Abonnenten, die ich jetzt schon habe. Und für die tolle Kritik, die ich bekommen habe. Ja, ich muss sagen, hat mir echt weitergeholfen. Und ja, mein neues Mikro sollte ja morgen kommen. Äh... Rechner... Muss ich ehrlich gesagt sagen, hoffe ich auch, dass es sich diese Woche noch ausgeht, dass ich... da die ganzen Teile bekomme. Was ich aber eher nicht glaube. Weil der eine Händler noch immer nicht das Mainboard und die Grafikkarte weggeschickt hat. Und ja, könnte dann knapp werden. Aber... Ich lasse mich da mal überraschen. Vielleicht gibt es hier irgendwo so eine coole Dschungelhöhle. Das wird mir ja... Achtung... Ups... Da war ich schon... Aha... Aha... Okay... Dann will ich da wieder raus... Zack, zack, zack... Oh, da gibt es sicher noch mehr Höhle. Denn es heißt ja Minecraft. Irgendwo muss hier was sein. Ich kletter hier mal auf den Berg auf, vielleicht sieht man da was. Zack, zack... Grüß euch Schafe, wie geht's euch? Aber... Aufgenommen wird eher. Das da hinten ist keine Höhle... Ja... Optifine war auch erst zu 96% fertig, als ich da jetzt die Aufnahme gestartet habe. Sonst hätte ich mir das auch schon reingemacht. Oder hoffe ich auch, dass es dann bis zum nächsten Mal eventuell schon fertig ist. War da jetzt da hinten eine? Ne... Laufen wir einfach hier weiter. Damit wir auch mal ein bisschen so das Land rund um uns erkunden... Ach, das könnte doch vielleicht eine Höhle sein, hm? Ob das da drümmiger kommt, oder? Ach ne, sah nur so aus wie ein Erdloch. Da ist ein Schattenpark... Weid und breit noch Dschungel... Hm... Sieht aber echt gut aus hier. Hier könnte man sich auch ein nettes Häuschen herbauen. So... Was haben wir hier? Ja man, ich sag's hier auch nochmal... Ähm... Illusion of Time wird jetzt mal noch fertig gespielt. Dann werde ich da die Super Nintendo... Ecke mal pausieren. Wegen Bioshock dann anschließend. Weil ich hab jetzt derzeit da vier Let's Plays laufen. Nachher mit Bioshock sind's dann auch eigentlich wieder vier. Gut, Cave läuft dann auch auf. Dann werden's wieder drei, dann wäre das eh wieder so optimal. Aber ich merke jetzt bei vier, das ist schon ein bisschen extrem. Was ist denn mit dir, du grüne hässliche Spinne? Und... Ja, mit dreißig ist's doch besser. Vor allem weil ich nicht so den... Mörder-Upload habe. Und ja, dass das immer so eine ewige Warte... Warterei bis dann endlich die Videos hoch... Oh, ne Katze! Eine ewige Warterei bis dann endlich mal die Videos hochgeladen sind. Und ja, deshalb mach ich da nur drei. Und wenn ich dann mit StarCraft oder Bioshock fertig bin... Wobei ich bei StarCraft auch überlege, ob ich dann nicht ein paar... Multiplayer-Matches online stellen soll. Was mich da jetzt interessiert? Könnt ihr ja gerne sagen, ja, nein. Und... Ja, bei Bioshock dann das gleiche, wenn ich's durch hab. Obwohl ich da ja fast... Was mein letzter Wissensstand ist, glaube ich, die haben ja da ein Multiplayer-Part dort gestrichen. Und... Dürfte es ja keinen mehr geben dann... Schon wieder ein Kätzchen... Ein Moment kurz, da passt irgendwas mit der Musik nicht, als wenn sich das überlappen würde. Schauen wir mal... Machen wir das anders. So. Nein, ich... Will... Ich will. Ich will, ich will, ich will. Moment, ich hab's gleich... Ich glaube, ich muss da den Windows Media Player kurz nehmen. Wo haben wir ihn denn? Interessant, jetzt läuft die Ingemusik auch, die hab ich eigentlich vorab geschaut. Na, deshalb hat sie sich überschnitten. Gut, dann lassen wir die halten. Passt wieder. So, wir sind immer noch auf der Suche nach einer kleinen Höhle. Katzen gibt's hier echt viele. Ich muss hier wirklich nochmal Fisch fangen. Und nur blöd, dass wir hier auf der anderen Seite da gleich am Meer sind. Gibt's ja nicht. Normal da... Stolpert man alle fünf Meter über irgendeine Höhle. Und wenn man dann wirklich mal eine braucht... Wächst auch. Oh... Oh... Eine Steppe. Oh, ich hab Hunger. Jamm, 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 jamm! Na gut, sehen wir uns hier mal um. Vielleicht gibt's hier noch ein zweites MWC Dorf. Ist ja auch cool. Da haben wir ja was. Ach, ein Wasserloch. Naja... Das will ich nicht. Ich will kein Wasserloch haben. Ah, da hinten. Das sieht gut nach Höhle aus. Ach, schon wieder so ein blödes Wasserloch. Nein, das will ich nicht. Ich suche eine Höhle. Vorzugsweise mit sehr viel Redstone drin. Und... Weiß ich nicht. So alle zwei Meter Diamanten. Das würde mir echt gefallen. Oh, hier, hier, hier. Das sieht ja jetzt gut aus, oder? Ach, lol. Voll umsonst beleuchtet. Was für ein Reinfall. Na gut. Aber wir geben nicht auf. Mal hinten. Es sieht so aus, als wäre eine Schlucht, oder sowas. Dann laufe ich einfach mal dorthin. So. Und irgendwie kommt da gerade nicht nach, dass er mir die Karte aufbaut. Oh Gott. Das wird vermutlich dann auch besser werden, wenn ich einen neuen PC habe. Hm. Mal zusammen. Ach Gott, da hinten steht ein... Dschungel. Moment. Das... könnte... die Schlucht sein, oder? Es sieht zumindest mal groß und dunkel aus. Ach Gott. Na du, Depp, spring da in den Tod. Guck nicht sooo. Guck nicht sooo. Mh. Toll. Ach toll. Wir haben uns ja perfekt vorbereitet, sehe ich gerade. Gut. Gehen wir mal kurz ein bisschen Stein farmen. Zack, 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 zack. Sooo. Ein bisschen Stein abbauen, damit wir da dann runterkommen. Gut. Zack, hier auch noch ein Licht. Ein Flutlicht. Sooo. Hüpf runter. Hey du! Sack es sich! Da unten bist du ein Freund. Geh spiel mit ihm. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie runterkommen. Nein, hier. Und hier. Und hier. Und vielleicht dann noch hier. Und hier. Und hier. Moment. Bevor ich hier weitergehe. Das wäre das Licht. Mhm. Ja, du bist ja auch so ein Idiot. Schau, dass du weg gehst. Oder spreng euch gegenseitig in die Luft. Keine Ahnung, irgend sowas. Weil mich da nicht belästigen. Ich hab das nicht so gerne. Ach. Bin ja auch selten dämlich. Sooo. Na komm her, zu mir. Na komm. Du hast da irgendwie, weiß ich nicht. Irgend so ein Anfalten. Na gut. Und wenn du eh nicht zu mir willst. Ah. Da geht's dann auch noch weiter. Da drüben auch. Keine Ahnung. Haben die da irgendwie die... Creeper-Spawn-Rate erhöht. Auf... 3000% oder sowas. Ja komm her da. Zack. Sein Freund gleich mit in den Tod gerissen. Okay. Und irgendwie kommt man so vor. Ah, okay. Normal hab ich das auf 30%. Damit ihr ein bisschen mehr seht. Und beim Rendern wird das dann nicht alles so extrem ausgeschwärzt. Hopp und hopp. Und hopp und hopp und hopp. Okay. Sooo. Da auch noch ne Fackel. Bei mir sind die leicht paranoid. Jetzt nehm ich hier ein bisschen Kohle mit. Ich hoffe wir bekommen bald eine Glücksspitzacke. Das wär auch super. So. Und so. Und so. Ach Gott. So ein Höllenkomplex. Die mag ich überhaupt nicht. Und das schon mal so anfängt wie hier. Ach du Scheiße. Da geh ich zuerst in die andere Richtung. Sowas mag ich überhaupt nicht.